Willkommen in meinem Bettchen und einen ganz herzlichen Glückwunsch mir selber zum großen Jubiläum. Ich werde heute 100, aber das werde ich natürlich nicht allein, sondern Sie alle zusammen mit mir. 100 Folgen die Woche abgefrühstückt. Das wäre ohne Sie genauso unmöglich wie ohne mich. Es war im Mai 2021, die Älteren unter Ihnen erinnern sich. Damals war in Deutschland noch der große Maskenball. Es war eine trostlose Zeit, wenn auch im Nachhinein vielleicht nicht ganz so trostlos wie die jetzige. Na, ich wollte jedenfalls mir selber und meinem Publikum ein bisschen Trost spenden auf dem direkten Weg, ohne dass irgendwer dabei reinreden kann. Ja, und seither gehe ich regelmäßig mit Ihnen ins Bett. Ich hätte aber nie gedacht, dass es mal 100 Folgen werden könnten. Und ich hätte auch nie erwartet, was für schöne Sachen Sie mir unter meinem Video schreiben. Man könnte sagen, ich habe auf meine älteren Tage doch noch eine Familie gegründet. Meine Bettchen-Family. Mir macht das sehr viel Freude und darum ein herzliches, dickes Dankeschön an Sie alle. Bei Ihnen kann ich so reden, wie ich denke. Und das ist ja heute echt eine Menge wert. Bitte bleiben Sie mir treu und wehe, wenn nicht. Zur Belohnung gibt es am Ende dieses Videos noch ein Best-of mit meinen besten Gesichtsausdrücken aus 100 Folgen Bettchen. Für die ganz harten Fans. Ach und wo wir gerade von der Familie sprechen. In meiner Bettchenshow gibt es ja so eine Art geheimen Star. Der Mann, an dessen schnarchender Seite ich mein Leben verbringen darf. Und der soll heute zur Feier des Tages als Dankeschön hier auch endlich mal einen würdigen Auftritt bekommen. Ehre, wem Ehre gewirrt. Udo, jetzt komm, hopp. Danke, Udo. Du bist doch ein guter. Also ein bisschen mehr hättest du schon reinmachen können. Naja, manche lernen es eben nie. Also ich erhebe hier mit mein Glas auf uns alle und auf mich. Prost zum Hundertsten. Udo, danke Udo. Aber das nächste Mal gern ein bisschen kühler. Ich will ja trinken und nicht drin baden. Ist ja nicht ein Schatz. Ja und zum Hundertsten Jubiläum gibt es natürlich noch viele weitere Menschen, bei denen ich mich bedanken möchte. Es sind die Menschen, ohne die ich hier gar nichts zu sagen hätte. Meine Starthelfer fürs Bettchen. Zuerst mal unsere wunderbare Angela Merkel. Ja, kaum zu glauben. Aber bei der ersten Bettchenfolge hat Frau Merkel noch gekanzlert. Eine Politikerin mit unwahrscheinlicher Weitsicht. Sie hat damals die Weichen gestellt, über die der Zug jetzt gegen die Wand gefahren wird. Ihre Fans haben ja immer gesagt, die Merkel denkt die Dinge vom Ende her. Da stimme ich vollumfänglich zu. Und dieses Ende kommt auch immer näher. Danke dafür, Frau Merkel. Im Mai 2021 war natürlich schon auch feste Wahlkampf. Die SPD hatte ja lange, lange gesucht, bis sie den schlechtmöglichsten Kandidaten fand. Olaf Scholz, den die Genossen nicht mal selber als Vorsitzenden wollten. Woran man sehen kann, so blöd sind die gar nicht. Herr Scholz war ja schon seit vier Jahren Vizekanzler und Finanzminister. Was er aber inzwischen, glaube ich, entweder vergessen hat oder gern vergessen würde. Die Suppe, die er jetzt löffeln muss, hat er selber mit eingebrockt. Drum guckt er auch immer so gequält. So gequält, als hätte er sich aus Versehen einen zwei Nummern zu kleinen Herrenslip angezogen. Und der quetscht ihm jetzt die Kronjuwelen ab. Aber eins muss man Olaf Scholz lassen. Er hat wirklich etwas Großes geschafft. Er gilt inzwischen als noch schlechterer Kanzler als Angela Merkel. Und das hätte selbst ich menschlich für unmöglich gehalten. Danke Olaf Scholz. Und natürlich muss ich Annalena Baerbock danken. Die war 2021 noch Kanzlerkandidatin der Grünen. Obwohl Robert Habeck beim Publikum beliebter war. Damals konnte ja noch keiner ahnen, wie speziell seine wahren Talente sind. Weil irgendwas kann er ja bestimmt. Ich weiß nicht, Bolognese-Soße kochen oder so. Bloß regieren, das kann er halt nicht so gut. Damals war er aber noch ein Star. Das hat ihm leider nichts genützt, denn er hatte ein böses Handicap. Sein Geschlechtsteil. Die Grünen traten ja an, um die Welt vor dem Klima zu retten. Und um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu vollenden. Und darum wählten sie Frau Baerbock zu ihrer Kanzlerbewerberin. Mit Robert Habeck hätten sie eine Zeit lang in den Umfragen vielleicht sogar eine Chance, den Kanzler zu stellen, der dann die Welt vor dem Untergang hätte retten können. Aber die Gleichberechtigung war ihnen dann am Ende doch wichtiger als das Klima. Also nahmen sie Frau Baerbock, damit die Welt gleichberechtigt untergeht. Frau Baerbock hatte als Kandidatin ja einen sensationellen Lauf. Erst flog ihr geschwindelter Lebenslauf auf und dann kam ihr Meisterwerk von einem Buch raus, in dem sie leider ziemlich viel abgeschrieben hatte. Das war die Spitze der Grünen. Ein Kinderbuchautor und eine Märchenbuchautorin. Als Außenministerin hat Frau Baerbock seither viele Menschen sehr überrascht. Viele haben ihr ja gar nichts zugetraut. Und sie hat diese Erwartungen sogar noch deutlich unterboten. Bei Robert Habeck ist das anders. Da schämt sich ja inzwischen mancher, dass man den Mann jemals für irgendwie fähig gehalten hat. Aber ein knuffeliger Knuddel ist er immer noch. Man möchte ihm immer wieder ins wilde Haar wuscheln und ihm dann einen Arbeitsplatz suchen, auf dem er sich nicht immer so planiert. Trotzdem, danke Robert, danke Annalena. Ohne euch wäre dieses Land nur halb so lächerlich. Dann gab es 2021 noch einen wichtigen Menschen, an den sich viele vermutlich gar nicht mehr erinnern. Armin Laschet, Kandidat der CDU und ein echtes Multitalent. Er war Kasper und Seppel in Personalunion. Wie Laschet diese scheinbar sichere Wahl so perfekt vergeigen konnte, das werden wohl erst später mal die Historiker klären oder die Psychiater. Wir werden es vermutlich nicht erleben. Trotzdem, danke Armin. Bleib wie du bist und wo du bist. Ja, das waren meine wunderbaren Wegbegleiter der ersten Stunde. Und wenn 2021 düster war, dann geht die Tendenz nach 100 Folgen im Jahr 2024 inzwischen Richtung stockdüster. Mein neuster Höhepunkt ist ja Robert Habecks Forderung an die Wirtschaft, doch bitte jetzt mal echte Patrioten zu sein und in Deutschland zu investieren, auch wenn es sich dank seiner eigenen Wirtschaftspolitik meistens nicht mehr lohnt. Derselbe Robert Habeck, der einst schrieb, dass er Patriotismus wirklich zum Kotzen findet. Wie verzweifelt muss der Mann inzwischen sein, um jetzt plötzlich den Patri-Dioten in sich zu entdecken? Olaf Scholz stellt sich derweil an die Spitze von Demonstrationen gegen rechts und hofft, dass keiner merkt, dass er selber der beste Wahlhelfer der AfD ist. Und wenn die verzweifelten Bauern in Berlin demonstrieren, sorgt sich Presse Tag und Nacht, ob der Traktor vielleicht von Radikalen unterwandert wird, während dieselbe Presse es wohlwollend übersieht, wenn bei Anti-Rechts-Demos radikale Judenfeinde mitlaufen. Oder wenn für manche Veranstalter die CDU genauso rechts ist wie die AfD. Nee, Scholzens Doppelwumms war eine Luftnummer, wie ja eigentlich alles, was der Kanzler je versprochen hat. Aber das macht nichts, wir haben statt des Doppelwumms immerhin ja jede Menge Doppelmoral. Es gibt auch Lichtblicke, oder sagen wir, einen Lichtblick, und zwar für mich persönlich. So wie sich die Dinge hier entwickeln, bin ich mir schon heute sicher, dass ich für mindestens weitere 100 Folgen was zu sagen und zu meckern habe. Und dieses unermüdliche Motzen, das ist doch auch eine Form von Patriotismus. Und wenn die Herrn Habeck brechen macht, umso besser. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf unsere 200 Party. Sie sind herzlich eingeladen. Bis dahin, live on Tour, Termine hier oder unter dem Video. In demnächst Hamburg, in Bosserode, Augsburg, Kreuzlingen am Bodensee, Berlin, Düsseldorf, Meerbusch, Karst, Bergisch Gladbach und, und, und. Und jetzt kommt, wie versprochen, ein kurzes Best-of meiner schönsten Verrenkungen hier in unserem Bettchen. Film ab, schauen Sie mal. Film ab, schauen Sie mal. Film ab, schauen Sie mal. Gute Nacht, Deutschland.